Oh mein Gott, haben wir ... Was? Ich meine, haben wir ... letzte Nacht ... Haben wir ... Als ich heute Morgen aufgewacht bin, lag neben mir ... ... ein Mädchen. Wo? Im Bett! Diesen Bett? Ja! Na ja, Rachel, sie war nun mal belegt. Belegt? Ja. Tom hat sie belegt. Nein, hab ich nicht. Wie kann ich helfen? Indem sie ein bisschen ... ... Theater spielen. Wer nicht. Theater spielen? Na ja, das krieg ich schon hin. Gut. Ich war mal die Ophelia beim Limespielen. Judy! So, da wären wir also. Lass mich vorstellen. Judy, das ist Rachel. Willst du raus? Rachel, das ist Judy. Meine Freundin. Hallo! 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 Das stimmt nicht! Was ist das? Das ist nicht ich! Echt? Was meinst du damit? Das ist nicht die Freundin, die ich meine! Ich bin seine Freundin. Nein, nein, nein. Der Freund ist zu Hause. Nein. Bei seinen Eltern. Nein. Isst gerade ihre Cornflakes. Nein, Mann. Du bist Judy? Ja. Ja. Und du und ich wir? Ja. Wären du bei und ich bei? Ja. Oh mein Gott! Hallo Kinder, da bin ich! Mutter! Ist das nicht wundervoll? Das wird eine Traumhochzeit! Oh mein Gott! Hab ich was Falsches gesagt? So. Oh mein Gott! Ich mache die Orgaszeit. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020